Open House Open House ist ein ganz ganz offener Raum für die Musik. Von 21. bis 30. April im Haus 73 in Hamburg. Alle Musiker sind eingeladen vorbeizuschauen und Musik zu machen. Man muss sie nur bei uns melden. Bands, Solis, Jazz, Hip-Hop, Rock, Punk, Elektronik, Klassik, Zeitgenössisch. Neu, alt, was auch immer. Und am Ende die große Musikparty. 30. April, wo wir miteinander Musik machen. Ihr spielt für mich, ich spiele für euch, wir spielen zusammen. Ich möchte unbedingt mit guten Musiker spielen. Aber ich möchte, dass an manchen Stunden jeder vorbeikommen kann. Eine Krähe war mit mir, aus der Stadt geflogen, ist bis heute für und für... Weil Musik ist für alle. Now that's what you call getting another perspective on contemporary music. Alle Menschen werden Brüder. Drüben hinterm Dorf ist die der Leiermann. Untertitelung des ZDF, 2020